Das hat sich gedreht und es ist hochgesprungen. Wenn es hoch rüpft, dann geht es der Anschnaller. Also gut. Ich fühle mich so, als würde ich weiter Achterbahn fahren. Und an einer Stelle, da war so ein Bogen, der nach oben gezeigt ist. Da sind wir ganz hoch geschwungen. Bumm, 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 bumm. Die sind so hoch gerückt. Und wie sieht das aus? Grün, grün. Wir fahren einfach und dann fressen die das auf. Also da sind so Stangen und die gehen so nach innen in den Kreis und da sind dann Räder dran. Und dann geht das so hoch und runter. выд sprang.